so gehen wir dann rüber zum slaughterhouse nach links western kann aber auch sein dass irgendwo bei katzen fisch ist ja das was beim katzen fisch die sind hier keine bäume ich lauf gegen unsichtbare wände bei mir vorne sind jetzt auch keine bäume wo ich die hinterherlaufen hier sind keine bäume bei dir doch bei mir sind bäume nur jetzt in dem weg wo wir lang gegangen sind nicht okay so vorsicht hier können schon die ersten gegner sein nix aber ein zombie ist schon wieder so langsam unterwegs war kurz da im haus beobachten das spiel links ist ein feuer zombie da drin ist der hinweis die tür ist noch zu soll ich vorlaufen bleibst du hier oder bist du willst du vorlaufen ja du bist der bessere schütze okay ich pass dann auf die tür auf ich glaube dass es da drin ist oder hinter dem da drin ist Untertitelung des ZDF, 2020 Ich komm zu dir Ja, geh mal nach Norden Na, scheiß Graben Und noch mehr Ram Scheiß, keine Pistole dabei Egal, nicht sprinten, einfach nur gehen So, hier ist schon mal eine Kutsche Im Kirschturm sehe ich nix Noch eine Westen-Tosi rechts bei der Hütte Äh, links Ja Dann müssen wir rüber zur Kutsche Und dann nach Norden Aber am besten Nicht normal gehen Oder so Schnell wie möglich Oh, noch Hunde hier Junge Ich setz mich mal Oh, da hinten dran ist ein Zombie Okay Ich guck mal, was hier drin ist No money Long ammo Brauchen wir nicht Okay Der Scheiß Jetzt Ich räume Other GREEN Das ist いきます Ein Åh Nichtiff Das Äh Ich Nein Ich Ich habe Zombies gehört, das sind aber nicht nur wir gewesen, die hauen die. Ich sehe einen Spieler. Vorsicht, die sind hier hinter den Grabsteinen. Toll, jetzt passt keiner hinten auf, oder? Toll, jetzt passt keiner. Vielen Dank. Ich habe Raben gehört, im Westen, Nordwesten. Okay. Schüsse Westen, relativ nahe. Oh, bei mir ist eine Vespen-Tussi. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die sich bekriegen da. Kann gut sein. Oder die sind unten im Keller, oder wo? Kann gut. Ich höre Hühner Nordosten. Wo ist eigentlich der Hinweis da hinten? Ich höre einen Schritt. Ja, ich gehe gerade. Oder bei dir? Bei mir. Ich höre Hühner Nordosten. Na toll, da sind Hunde. Wo ist der lange Rand? Schüsse noch weiter westlich. Ich habe den Hinweis. Ja, diesen Pitching-Krematorium, da müssen wir auf jeden Fall hin. Na, wo ist der eine Spieler hin? Der ist, glaube ich, weitergerannt. Der hat hier nämlich Raben aufgescheuscht im Westen und ist weitergerannt, glaube ich. Hat wahrscheinlich schnell das Ding geholt und ist weiter. Ja, dann guck aber, dass wenn du jetzt kommst, nichts aufscheuschst. Also keine Raben oder so. Wo bist denn du? Noch im Friedhof. Ah, da hinten? Ja. Ich bin mir gerade unsicher. Ja, die sind irgendwie Hunde. Ich bin mir gerade unsicher. 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 mich offen sprung auf marsch marsch was denn hier los ich will da hoch geht gar nicht doch jetzt wie gesagt aber eigentlich noch ein hinweis egal gehen wir weiter wird schon noch ein spieler links von uns südwesten west südwesten süden der war wahrscheinlich oben habe ich beide oder kommen dicker habe ich den weggewachsen waren doch zwei die haben uns gesehen die wussten wo wir waren haben aber ziemlich gefällt weil eigentlich habe ich mich nicht bewegt er hätte mir locker an heute geben können ich habe ich gerade ein bisschen herzrasen jetzt erstmal heilen ja das dumme an dem charakter wenn ich jetzt noch mal sterbe bin ich komplett tot er hat nur zwei balken ok Junge dann lass mal weiter gehen oh oh holz wohl im links sogar hier im wald oder wo ist der hinweis hinter uns oder unter uns unter uns ich geh mal gucken ja ich komme wieder hoch beziehungsweise ich laufe weiter Richtung wo müssen wir hin westen ja weil hier sind wir so offen da können wir nicht einfach mal irgendwie chillen mhm oh scheiße raben scheiße sumpf scheiße sumpf ich kann es immer noch nicht glauben dass ich ihn weggeboxt habe was hat er gemacht so da ist jetzt eine brücke sollen wir über die brücke oder durchs wasser über die brücke das sind wir schneller ja aber was meistens sind auf der brücke zombies gucken wir mal ja klatschen wir weg ja klatschen wir weg ok waren zwei baumgolem hier links drin baumgolem hier links drin das ist halt die frage wieviele spiel sind jetzt schon hier weil da oben aus dem fenster wurden wir ja letztes mal beschossen da bei 240 hat er das hier gerade auf dem bus warten oder sollen wir da oben ins haus wenn das spieler sind ja dann schließen wir ab so dm haus hier ist munition spinne höre ich auch schon ich bin mal kurz rein und kommen wieder raus dann kommen wir da zu dir ja und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020